hallo meine lieben ich bin es eure anja von fairergen und ich möchte euch heute unsere diversitätsdaten in der my fairergen plattform etwas genauer erklären ihr könnt euch ganz einfach unter my.fairergenlab.com einloggen ich mache das jetzt direkt auch lande in der übersicht von meinen hunden das sind mittlerweile einige die da eingegeben wurden und ich schnappe mir jetzt einfach mal einen raus in dem fall nehmen wir unseren border collie wenn ihr auf den hund drauf klickt landet ihr in der übersicht seite des hundes also im endeffekt im profil von dem hund und in der ergebnis übersicht alles was grün dargestellt ist sind im endeffekt verfügbare daten wie gesagt uns interessieren heute die diversitätsdaten und da wollen wir tatsächlich jetzt einen genaueren blick drauf werfen einfach draufklicken auf diversität und ihr landet schon in den ergebnissen von unserem border collie mädchen dargestellt als diversitätsergebnisse ist auf der anderen seite auf der einen seite der inzucht koeffizient auch ik oder cui bezeichnet und was ihr hier seht sind zwei unterschiedliche werte der wert mit fünf prozent das ist sozusagen der wert meines hundes also meines border collies und dem gegenübergestellt seht ihr den rassedurchschnitt also der durchschnittliche inzucht koeffizient berechnet anhand der hunde die in der datenbank sind der gleichen rasse ihr dürft in diesem fall nicht verwundert sein dieser wert ändert sich logisch sobald neue border collies dazukommen wird ja der durchschnitt neu berechnet aus den hunden die sozusagen on top drauf gekommen sind und vergleichbares haben wir hier auch beim heterozugurti wert da komme ich aber gleich noch zu sprechen wir sehen hier auch eine nette grafik dargestellt mit einem balken wobei man sieht je weiter links ein hund liegt umso geringer ist der inzucht grad je weiter rechts er liegt umso höher ist der inzucht grad wenn ich mir jetzt meinen border collie angucke dann sehe ich er liegt eher im bereich geringe inzucht was ihr hier seht sind zwei unterschiedliche kurven einmal in rot dargestellt einmal in blau dargestellt was heißt das die rote kurve ist im endeffekt die kurve die eure rasse betrifft in dem fall im oder in meinem fall die border collies die blaue kurve die im hintergrund läuft ist sozusagen die kurve die alle hunde von allen rassen in der datenbank repräsentiert wir können da aber auch noch mal ins detail reingucken indem wir sagen ich möchte alle breeds oder alle rassen ausgeblendet sehen dann passt sich die grafik sozusagen nur auf meine rasse also auf dem border collie an und ich sehe relativ gut wo liegt mein hund im vergleich zu den restlichen hunden in der rasse und ich würde jetzt grundsätzlich mal sagen dieser 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 border collie ist relativ gut aufgestellt mit einem relativ geringen inzucht grad im vergleich zu anderen hunden dieser rasse denn der inzuchtwert also diese inzucht koeffizient geht bei einzelnen hunden tatsächlich bis 25 prozent drauf ich kann diese all breeds oder alle rassen wieder einblenden kann aber auch sagen blende mir die borders aus ich möchte sehen wo er im detail liegt wenn ich jetzt alle anderen rassen mich interessieren und jetzt weniger die border collies auch da relativ geringe inzucht grad liegt weit links relativ gute ausgangssituation würde ich jetzt mal behaupten das gleiche haben wir jetzt auch noch für den heterozygotie wert dargestellt heterozygotie bedeutet ja im grunde nichts anderes als der prozentuelle anteil der genetischen marken die von den elternteilen in unterschiedliche form vererbt worden also sozusagen heterozygot unterschiedliche marken der prozentwert meines hundes liegt bei 37 prozent der rasse durchschnitt bei 37,66 prozent auch hier haben wir wieder auf der oder auf der unteren seite der grafik einen balken dargestellt der uns sozusagen zeigen soll wo ist weniger divers und wo ist mehr divers also wo ist der anteil heterozygoter marken größer und auch hier habe ich die möglichkeit mir die rassen ausblenden dann passt sie wenn ich jetzt nur die border collies mir angucke dann passen sich die der grafik an und hier gilt natürlich auch je höher dieser wert umso besser grundsätzlich kann man sagen sowohl der inzucht koeffizient wie auch die heterozygotie also dieser prozentwert der heterozygotie stehen miteinander in verbindung das heißt je geringer der inzuchtgrad ist umso höher ist üblicherweise auch der heterozygotie wert es gibt kleine schwankungen oder kleine abweichungen in dem bereich bei den meisten hunden korreliert das aber sehr gut auch hier kann ich mir wieder nur alle rassen anzeigen lassen oder eben die die border collies als solche und kriegt dann immer einen schönen vergleich wo ist denn mein hund in dessen profil ich gerade drinnen bin im vergleich zu den anderen dargestellt auch diese grafen die man hier sieht die verändern sich vom verlauf her klar je mehr hunde reinkommen umso und neue prozentwerte eingespielt werden umso verschiebt sich entsprechend auch der kurvenverlauf was wir hier unter unter diversitätsdaten ebenfalls noch dargestellt haben ist sind die dela haplotypen die ein oder anderen haben wahrscheinlich schon mal gehört davon die die testung gemacht haben wir wissen sehr wahrscheinlich worum es geht hier noch mal kurz erwähnt dela haplotypen sind ganz bestimmte gene des immunsystems die einerseits wichtig sind damit das immunsystem funktioniert aber andererseits auch in verbindung stehen mit ja mit bestimmten autoimmunerkrankungen und grundsätzlich gilt hunde können unterschiedliche oder gleiche haplotypen von den eltern erben in diesem fall wenn man den border collie hier betrachten dann sehen wir unterschiedliche zahlenwerte also wir haben hier immer also gelesen wird der haplotyp in diesem fall von oben nach unten das ist der erste oder die erste dreierkombination und hier die zweite dreierkombination und jeweils eine dreierkombination kommt von mutter und vater grundsätzlich gilt unterschiedliche zahlenwerte wenn man die so betrachtet von links nach rechts sind perfekt ja das ist grundsätzlich die beste voraussetzung die sich ein hund wünschen kann generell wenn man die drei zahlenwerte betrachtet und die unterscheiden sich vollständig dann dann ist das im endeffekt eine sehr sehr gute voraussetzung wären die haplotypen jetzt ident also würde man gleiche zahlenwerte auf dieser seite und auf dieser seite sehen dann wäre das rot hervorgehoben das würde dann man würde dann sehen okay da gibt es übereinstimmungen und das ist dann entsprechend auch ja gehighlighted ja das ist im endeffekt der grob die übersicht zu den dla haplotypen beziehungsweise zur diversität wer noch detailinformationen zu den dla benötigt es gibt immer wieder verschiedene webinare wo das im wirklich sehr sehr gut erklärt wird was das bedeutet und wie man damit arbeiten kann und diese dla haplotypen fließen dann in späterer folge auch in das dogmatching mit rein dazu gibt es aber ein eigenes video wir blenden euch das oben ein wo auch noch mal ganz genau erklärt wird im dogmatching was bedeutet das was kann ich in den nachkommen erwarten wenn ich hunde mit bestimmten haplotypen habe gut das war es soweit von meiner seite in bezug auf diversitätsergebnisse ich freue mich dass ihr dabei wart ich hoffe dass ihr auch nächstes mal wieder dabei seid solltet ihr fragen haben bitte lasst es uns wissen ihr könnt auch sehr sehr gerne kommentare für uns hinterlassen ja ansonsten auf die glocke drücken und uns abonnieren dann seid ihr auch tatsächlich immer am laufenden wenn neue videos von uns online gehen und ja ich freue mich aufs nächste mal und sage tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal